Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Modern Warfare 3 Multiplayer Action und zwar spiele ich das spüren mal wieder weil ich mal testen wollte ob Full-ID hier voll abrockt oder nicht und ich muss zwischendurch mal an der Maus die DPI ein bisschen schwitschen auf jeden fall würde ich mal behaupten ab geht die post synchronisieren der spieleinstellungen ja es kann dauern oder nicht oder ich werde jetzt gekickt eins von dem wird es auf jeden fall wieder sein ja Ja, ich musste die DLCs deaktivieren, weil die richtig, richtig scheiße waren. Also da hast du kaum einen Server gefunden. Und wenn ja, hätte ich minimum eine Dreiviertelstunde gebraucht. Läuft. So, ich bin wenigstens nicht der Einzige, der das scheiße spielt. Na toll, die Map, die ich am besten kann, nicht. So ein Scheiß. So, ich werde vier einzelne Aufnahmen machen. Also nicht am Stück, sondern vier einzelne. Das heißt immer so 10, 15 Minütchen. Könnte auch mal länger werden oder kürzer, je nachdem. Ja, und ich hoffe mal, dass es jetzt klappt. Zur Zeit sagt er mir auf jeden Fall über 50 Frames. Und das ist schon mal was Positives. Indirekt. Weiter auf andere Spiele. Oh, da sauber jetzt was. Arschloch. Kommt einer von da drüben. Okay. Ohne Spaß, jetzt musstest du mir im Weg rumduppen. Ja, 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 ja. Das war ein bisschen failgeschossen. Hmm. Ach! Ja. Verbündete Cobra kommt. Verbündete AH-6 Überwachung im Anflug. Wir verlieren C. Wo denn? Wir verlieren Charlie. Ah, ah, ah. Wir verlieren C. Wir verlieren C. Oh! Hmm. Hmm. Feindliche Aufklärung wurde gesichtet. Wir verlieren C. Wir haben C verloren. Hä? Na, Siggi. Die... Ach, bies mir, Rille. Hm. Hm. Yay! Wichser! Wichser! Bravo wird gesichert. Wir haben Charlie verloren. Bravo gesichert. Wichser! Wichser! Vorräte sind unterwegs! Wichser! Wir verlieren A! Wir haben A verloren! Wichser! klappt aber auch nicht die aufklärung ich muss mich in die spiel derzeit aber sehr spätest mit geschnitten steht genau vor mir weißt du anstatt am ersten nein die mussten halten ich verarschen das ist heute ein witz gewesen jetzt oder auch ja das sollte man möglichst vermeiden mit so eine waffe bähm wir sind in führung wir kommen wenn ich mir nach der Runde man eine neue Lobby holen aber so holen suchen den Fall neue Lobby Schrotflinke die Tür dort ja wenn ich mir aber das war's bis zum nächsten Mal